So, da bin ich, Daniels, alias Schütze Fritzo, vom Snipe Gaming, und wir machen jetzt weiter mit einer weiteren Folge Angry Birds Star Wars. Bumm, zack, und wir sind auf dem Planeten Death Star, also Todesstern, und legen wir davon los. Das wird ja Level 6. Ja, das wird nicht so ganz einfach. Schauen wir doch einfach mal. Hm, mach ich jetzt zum Besten. Aber mal da drauf hier. Ah, Mist! Es ist nicht einfach, das Level ist, kann ich schon mal sagen. Oh, der hat schon mal gesessen. So, sollte ich es als nächstes vielleicht auch angehen lassen. Die ganzen Zauber, 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 die ganzen Zauber. Ja, das ist aber nicht unser Ziel hier. Jawoll! Das war schon mal gar nicht mal so schlecht. Scheiße! Mann ey, das ist schwierig. Mist, wie macht man das denn am besten? Ich muss jetzt mal ein bisschen testen. Ja, muss ich jetzt mal ein bisschen testen. Die zwei ging kaputt, aber. Mei, mei oh mei. Komm, komm, komm. Boah, da ist echt, da ist echt Strategie gefragt. Oh, der war doch gar nicht mal so schlecht. Der geht auch noch kaputt, jawoll. Jetzt packe ich es aber. Also wenn ich jetzt nicht packen soll. Und? Und? Jawoll! Super! Das war doch schön, wa? Sogar noch einer übrig geblieben. Das sind zwei Sterne? Wieder nur einen Stern. Ah, ist schwierig. Es ist schon schwierig, über einen Stern hinauszukommen. Okay. Aber es hat mich sehr gefreut. Bis zu einem weiteren Let's Play. Ciao, ciao und bleibt sauber!